Ach Mist, ich wollte was anderes an, also meiner Figur was anderes anziehen. Sag mal an, Tübi, wie geht's dem kleinen Paulus? Der liegt im Bett und schläft, das geht ihm also gut. Also, das ist schön. Habt ihr euch eigentlich schön erholt noch gestern so ein bisschen? Ja, wir haben den ganzen Tag rumgelegen, außer als wir bei meinen Schwiegereltern waren. Und der Nuki-Chu hat es schön zusammengefasst, was ich gerade vorhin gemeint habe. Fast alles grün und dann 45% der Map ist pink. Und natürlich abspritzen, ja, mein Titel ist wunderbar gewählt, ja. Clickbait und so, tell us. Clickbait, natürlich, ich bin schon voll dabei, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ich bin schon voll dabei. Und vor allen Dingen, du hast da stehen abspritzen mit den Jungs, hallo? Ja, natürlich. Alter, Lando. So, richtig, richtig gut. Clickbait, Alter. So, Tübi ist bei mir im Team, das ist schön. Endlich sind wir mal nicht gegeneinander, das ist toll. Ich hab Barry und den Level 4 im Team. Okay, wir haben verloren. Wir haben verloren. Fragt sich nur an, wem es liegt, an dem Level 4 oder an der? Der Level 4 ist am Ende noch der Beste, pass auf. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Das kann auch ein Smurf oder sowas sein. Das ist ein Smurf. Oh, der eine, der springt mir die ganze Zeit hinterher. Sagt mal noch Schlumpf, wir sind noch verdammte in Deutschland, die ja. Also, wir sind nicht Smurf. Wieso nennt man ja, ich glaube, oder nee, ich meine, das hieß Smurf, wenn jemand einen Zeit Smurf, ja. Wenn er eine neue Account macht, um gegen Low Levels zu spielen. Ach so. Was du mögen, den es gibt, aber naja. Weil dann regnet man auch. Du hast eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze, eine Katze. Mann, fang Rick aus. Nein, hab's so. Nein, hab's so. Das ist eine Maschine. Smurf, das was quasi Twibi macht, nur, dass sie jetzt mit 62 schon wieder ist. Also, sie hat ja schon ein Level 100 Account, wissen wir ja. Ich zähle, dass du bist andauernd bei mir weg, wir müssen definitiv. Auch vielleicht schon für die nächste Folge mal auf TeamSpeak wechseln. Du bist immer der bei mir, welche ist in der einen Quatsch. Es tut mir leid, ich kann dir nichts dafür, dass du weg bist. Ja, es ist ja schon oft aufgefallen. Ach ja. Boah, was war denn hier los, jetzt kommt alles geflogen. Weißt du, dann zahlt er Rick aus, die er sponsert bei Rick aus schon und dann gehen wir nicht mal so häufig darauf. Das müssen wir eigentlich machen. Ja, es ist halt die Rache von Rick aus, er manipuliert das hier wahrscheinlich. Ja, ja, der lehnt sich extra immer so ein bisschen was hoch, so von wegen. Ich sag ja immer, dass wir ein TeamSpeak gehen, wenn ich meine Aufnahmen mache. Weil ich nicht wissen will, was Celos für Hentai irgendwie da und alle runter geht. Das willst du wirklich nicht wissen, nee. Das willst du wirklich nicht wissen. Nee. Was ich schon alles gesehen und gehört habe. Der eine von uns der AFK, glaube ich, der Fieser für Feene oder wie der heißt. Nee, der ist gar nicht AFK, der wird nur ständig von mir gedrückt. Okay. Sehr gut, Celos. Ich weiß, danke. Dann geht es gut. Alles blau hier. Ich bin blau, du bist blau, wir sind alles blau. Und der Romane kommt natürlich direkt zu mir und stirbt sofort, jawohl. Ja. Vollidiot. Ich gucke mal, ob ich eine andere Waffe, ne? Ich komme mal zu der Twibi. Ich kann es aber noch nicht zielen, aber ich habe eine bessere Waffe. Es stirbt wenigstens nicht so schnell, die Twibi. Die sind gerade alle zu mir gefühlt. Es ist übrigens kein Smurf, der Typ, weil der ist gerade komplett blind durch Selle gelaufen und hat sich wegkommen lassen. Das ist gut gemacht. Alter, ich komme nicht drauf klar, mich im Hentai-Modus zu spielen. Im Hentai-Modus? Genau. Ich spiele mit dem Hentai-Modus. Ja, geil. Weil ihr blutige Noobs seid, kennt ihr den einfach noch nicht. Dann gibt es erst ab Level 50. Ah, oh. Deswegen will Celos die ganze Zeit Level. Ich muss mehr Splatoon spielen, eindeutig. Guten Hentai-Modus endlich mal freischalten. Meine Güte. Und dann ist das mit meinem Abspritzen ja noch relativ team, was ich hier als Zillow gemacht habe. Also alles doch super. Alles doch super. Wir wollten uns mit diesen Äußerungen in Zukunft ein bisschen zurückhalten. Nein. Nein, das ist tot bei mir. Also wenn ich Videos noch herbringe, dann sind es sowieso. Ja, wollen wir mal auf Teamspeaker wechseln? Oder? Azi-Triby hat die Teamspeaker übrigens gar nicht. Wir können gar nicht wechseln. Nein, hat sie gar nicht. Gibt es nicht für Eierphones? Eierphones. Ja, aber bis du dann die IP hast, das machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal? Okay, machen wir nächstes Mal dann. Ja, wir haben zwei richtige Noobs drin, aber gar nichts zu machen. Da war nichts zu holen bei euch. Leider war. Dafür habe ich hier die Typie gehabt. Die war einfach profimäßig drauf. Trotzdem bin ich besser als die gewesen. Hm? Ja. Anpassen. Nichts anpassen. Die Waffe, das... Das erst mal. So. Wir haben einen Sniper, fuuuh, und einen Tititum. Ganzhaft, ich muss für Teamspeak drei auf iPhone zahlen. Anscheinend. iPhone, willkommen bei iPhone. Herzlichen Glückwunsch. 5,49 Euro. Ja. Scharf geschissen, was kostet die Welt. Hat sich erledigt, wie es aussieht, ne? Zum Zahlen zweimal drücken. Ist wieder den Titi drin. Hm, Titi. Den Titi. Barry, wir haben wieder verloren. Ah, okay. Leider fuß, AFK? Ne, das ist nicht AFK, das ist nur frustriert. Ich muss ja nur den Raum wechseln. Aber das wäre doch einfach, den Raum zu wechseln. Nee, das war ja leicht. Barry, ich seh dich. Barry! Nee, jetzt ich seh dich nicht mehr, du bist tot. Hallo, hierher bei Kampini, Herr Barry hat tot. Und dann ging Barry tot. Oh. Ja, ich war panisch, weil ich dachte, du wärst ein Gegner als Team. Bin ich auch. Biss ich sie auch, ja. Aber ich hab dich von Weitem gesehen. Das ist so krass, dass wir tun, dieses... Egal, wir haben schon öfter über das Matchbacking gemeckert. Ach, dieser Rikus. Dann geht er ja ganz in die Luft, dieser Rikus. Ja, geht in die Luft. Ja, mir fällt gerade leider wieder auf, warum ist Platoon nicht öfter spiele. Weißt du, du musst einfach besser werden. Nimm dir mal ein Beispiel an deiner... Du hast halt null Zeit zu reagieren, wenn irgendeinem einer von... Ja, das finde ich echt so. Du musst, du musst grundsätzlich, musst du dir angewöhnen, dass du dich oft im Boden aufhältst und viel hin und her rotierst mit den Bewegungen. Ja, und am besten Ninja-Klamotten. Weil... Das kann ich jetzt wiederum nicht sagen. Du wirst dir nicht gesehen, wenn du in Tinte schwimmst. Oh, das ist cool. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn die nächsten zwei Spiele genauso frustrieren werden wie dieses, dann kann es sein, dass ich ein Rage-Crit. Oh, was war... Oh, der erste Rage-Crit. Hallo, Richard. Ich hätte die Zange genommen. Das ist halt echt alles ein bisschen lame hier gerade. Ja, das Problem ist halt... Ich komme nicht mal aus dem Startgebiet raus. Das Problem ist halt... Was ist das denn für ein Scheiß? Wir haben halt zwei richtige Noobs im Team. Da kannst du nichts machen. Das ist... Ich spiele durchschnittlich, du spielst auch mit und die anderen beiden sind auch nicht. Ich komme nicht mal aus dem Startgebiet raus. Ich komme einfach zu scheiße. Man kommt hier nicht raus. Entschuldigung, dass ich hier mal immer ein bisschen rumruste. Alles tue ich auch. Alles gut. Wow, ich bin aus dem Startgebiet raus. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Eins. Drei. Drei. Oh, die kommt noch mal hin. Hallo, Schatzi. Ach, nee, das war der Rekus. Ich bin doch gar kein Schatzi. Ich bin doch gar kein Schatzi. Ich bin doch nicht dein Schatzi. Guck, dazu habe ich getötet. Der Barry, der geht jetzt richtig ab. Pass auf. Ja, ich bin jetzt wütend. Wir sind jetzt halt auch in einer Lage, wo wir uns nicht mehr bewegen können. Oh, jetzt hat der Barry mich getötet. Ultra Instinct Barry kommt jetzt gerade. Ausgesehen. Ultra Instinct Barry. Oh, mein Mann, ey. Das hört man vorne was ein. Da hinten sind diese Kackbratzen. Es ist nichts zu machen. Ich komme nicht mehr raus. Es ist nichts zu machen. Es ist einfach alles lila. Tja. Tja. Ne? So, da habt ihr, ne? Komisch, dass alle Leute Fortnite spielen und niemanden Splatoon. Ja, muss ich jetzt leider mal sagen. Es ist halt im Gameplay hier gerade ein bisschen lame. Das ist einfach nur Spaß. Schmacking. Wenn du halt mit... Naja, ich hab's ja schon gesagt. Es ist ein knapper Sieg. Würde ich sagen. Ganz knapper Sieg. Oh. Oh, Alter. Kann das wohl ein gutes Spiel sein. Ja, beide null Punkte komisch, ne? Wir haben beide null Punkte vor allen Dingen. Und der war zu zweit quasi komplett. Scheiße, ey. Das war zu zweit. Dann hätte ich aber auch an deiner Stelle die auch schon dann Gerage quittet, mein lieber Barry, aber... Jetzt. Ja, es ist halt echt ein bisschen... Das ist halt ein bisschen lame. Das stimmt. Hauptsache, die bleibt mit dem Raum, oder was? Ach, ne, ist ein Meck. Ne, die ist ein Weg. Der fällt mir nur hier bei einem Ultra. Da haben wir den Cee-Cee und den Cee-Cee. 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 Ich bin auch nur Level 14, von daher, was soll's. Ein richtiger Noob, ey. Was machen wir eigentlich mit diesem Rick, was da ist? Sollen wir eigentlich gleich mal... Ich denke, ich spiele besser als mein Nell. Ich hätte, wir spielen mit Cee-Cee und Uli zusammen, Rick. Natürlich. Das war doch Spaß. Ja, Cee-Cee und Uli. Äh, Uli. Da ist der vierer weg, kommt ein Fünfer in den Raum. Geil. Natürlich darfst du mich auf der Switch Enden, Lukiciu, und auch ganz normal als der Cee-Cee und ich blende mal später mal meinen wunderschönen... Mein schönes... Ich hätte wirklich sie sehr in meinem Team. Aber ich habe mich ja Uli. Du hast ja Uli. Du hast ja Uli. Du hast ja Uli. Und da ist auch mich im Team, also sei doch mal happy hier. Guck mal, das läuft doch alles hier supi-tastisch-klasse. So. Dann fangen wir rüber. Komm, wir gewinnen jetzt, Barry, komm. Und dann wird alles wieder gut, dann macht jetzt... Nein, nichts wird gut. Dann hast du wieder Lust, dann hast du wieder Lebensfreude hier. Oh mein Gott, I killed Cellars. Die Runde gerade eben war so belastend, dass ich das erstmal... ...mich wieder entlasten muss. Ja, so ist das halt, ne? So. Aber ja, ich tippe mal später mein Fondiscode ein, oder ich blende ihn mal später... Das ist schon dumm jetzt von... ...wein aus eurem Team. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Ihr kriegt ein paar Regeben hier, Tybi. Nö, du. Ich schaffe diesen Mist. Ihr fresst Regen. Ach, Regen, I, da bin ich voll geeignet für so schnell, ich kann sie überhaupt nicht treffen. Ah, den Oli, ja. Ich bin ein verdammter Ninja, ich kriege mich nicht zu fassen. Oh Gott. Also dieser Romane, der bei euch mit im Team ist, der ist ganz schön schlecht. Der hat mich aber schon oft gekillt. Na gut, der ist relativ linear. Ja, der ist relativ linear, heißt das, er ist dumm, oder was? Nein, er macht immer die gleichen Moves, und manchmal klappt das halt, und oftmals ist es dann halt durchschaubar. Lieber Schüler, die sind relativ linear. Was heißt das, bitte? Ich hab kein Lilial. Frau, Soh und Soh, Moment, dann spreche ich dir. Ihr Sohn ist sehr linear. Hast du mal einen Sieg von mir, ja. Ich bin eine alleinstehende Mutter, und ich muss nach ihm gucken. Hinter uns ist jemand Zellos und vor uns auch, okay. Ja, da hättest du mal vielleicht, was wir machen sollen gegen deine Gemahlin hier. Also ich hab ne übelste K-Rate in diesem Kampf. Ist gut. Der Romane macht nach oben scheiß zu uns. Rinkus, du fährst und ich töte, okay? Cissi ist übrigens AFK, mal wieder. Ja, Cissi ist AFK, und der Romane auch. Ich bin eh friedlich. Sperbe. Romane? Hast du sie fest? Ich bin ein Pazifist, ja. Ich habe ohnehin noch wasser. Der hat der Barry nicht getötet. Gut gemacht, Barry, sehr gut. Jetzt werden wir den Barry machen hinten kippen. Oh, hier war der Zellos, sorry. Hey. War der falsche. Barry, wirst du es, würde ich nennen kippen. Nein. Ich muss noch mein Wort halten. Hm, von hinten vor allen Dingen. Ja, hilfe. Oh Gott. Der bleibt halt auch immer an höheren Orten stehen. Oh, danke fürs Follow, wer auch immer du als bestest. Ich kann grad nicht gucken. Ah, oh Gott. Oh Gott. Entschuldigung. Ich glaube, er ist dasselbe, wie er immer ist. Uli ist tot, sehr schön. Es ist dasselbe, wie er früher war, ne? So, vor zwei Minuten. Oh Gott. Komm rum, Arne, gekillt. Ach so. Einlaube. Komm hier, schön alles blau. Oh nein, da kommt einer mit hier fieser pinker Farbe. Eko, sicherst du dich. Das freut mich. Ja, das glaub ich. Ah, ich komm hier nicht weg. Da bin ich geboren worden. Ah, ich hab den wenigstens getötet. Ah, dankeschön, Nocichu. Nocichu. Ah, alles pink. Alles pink. Und trotzdem wird es 20%, das irgendwie, ne, sogar 30%, das blau ist. Unglaublich. Ja. Unglaublich, du.